Herzlich Willkommen zu meinem kleinen GarageBand Tutorial. Heute geht es um Smart Instruments. Zunächst mal sind wir hier in der Songübersicht und wir legen jetzt einen neuen Song an. Das geht ganz einfach, indem man oben links auf den Plus-Button klickt. Dann wird der neue Song angelegt und man kann die Instrumente durch Wischen nach links oder rechts auswählen. Wir haben hier eine Smart Gitarre und verschiedene andere Instrumente zur Auswahl. Ich möchte heute mal mit der Smart Gitarre beginnen. Man erkennt diese an dem Zahnrad um die Gitarre oder um das jeweilige Instrument. In dem Screen kann man jetzt oben rechts, indem man auf den Werkzeugschlüssel klickt, verschiedene Einstellungen tätigen. Zum Beispiel das Tempo einstellen, indem man manuell das Tempo mit den Pfeiltasten verändert oder das entsprechende Tempo einfach auf den Tab-Button eintippt. Man kann auch die Tonart verstellen, hier ist auf C-Dur, man kann jetzt alle möglichen Tonarten auswählen. Wir machen es nach D und dann sieht man auch, wie sich die Akkorde im Smart Instrument schon gleich anpassen. Und dann sind wir eigentlich auch schon bereit für die erste Aufnahme. Ja, das war unsere erste Aufnahme und die kann man nun auf Ändern schneiden, indem man in die Spurübersicht geht oder auch, wenn es einem nicht gefällt, wieder löschen, indem man sie doppelt antippt und dann einfach auf Löschen geht. Und jetzt möchte ich euch mal das Auto-Play zeigen. Das geht mit dem Drehregler, da kann man verschiedene Auto-Play-Funktionen einstellen und dann spielt das Smart Instrument quasi von selber. Ja, wieder in der Spurübersicht kann man auch weitere Instrumente hinzufügen, indem man von unten links auf den Plus-Button klickt und dann kann man wieder verschiedene Instrumente auswählen. Ich nehme jetzt mal einen Smart Drum und in dem Smart Drum kann man auch verschiedene Instrumente natürlich auswählen. Das geht bei allen Smart Instruments. Hier zum Beispiel auch ein akustisches Drumset und dann einfach die entsprechenden Drums nach links ziehen und dann spielt das auch schon automatisch los. Das kann man mit dem Rekord-Button dann auch wieder aufnehmen. Ja, ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn man fertig ist, dann will man seinen Song natürlich auch sichern. Dann geht man einfach wieder in die Song-Übersicht und dann über die Auswahl kann man seinen Song auswählen und dann über den Teilen-Knopf den Song über verschiedene Möglichkeiten teilen. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Musikmachen mit GarageBand. Zuhören. 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 Zuhören.